Hallo euch hier zusammen, ich bin Zoyab hier verfahren. Willkommen zum großen Counter-Strike Marathon. Ich heiße euch alle wirklich herzlich willkommen und wir sind, wie ihr sehen könnt, fünf Leute, unter anderem mein Cousin, sein Neffe, was ich jetzt gerade mal bin, weiß ich nicht. Meine Freundin und halt der Marvin. Hallöchen. Ja, ich heiße und äh, und ähm, ja, ich würd sagen, wir legen dann jetzt einfach mal los, schön mit nem Zocken jetzt, ich heiße und ich hoffe, dass wir alle gut oben dabei sind. Irgendwie. Nicht. Let's go. Let's roll. Let's roll. Hehehe. Töter ich da, ey. Warte, ich schraubte nächstes Mal, wenn ich dann für ein paar Minuten die Stelle ab und schneide den ganzen Kabel drühe und leg dann wieder neu. Jeden Tag. Wird ein bisschen teuer, aber egal. Ich bin auch aus dem Zuschauer-Modus, wo das alles neu ist. Ah egal, wir müssen doch kurz warten. Ich bin drin? Ich bin drin? Wir haben eine Freundin, wir sind drin. Wir müssen die Schauer machen. Aber wir könnenste auch halt, ne? Jaaaa. Tim, drück mal M. Drück mal M. Bist du draußen? Ich bin mal nicht raus. Ist egal, da kommst du gleich halt wieder rein. Wart, 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 ey. Komm, bist du da schon wieder an den Arsch, ey. Da reißt du die ganze Bude im Internet. Da reißt du sogar den WLAN durch, hier, ey. Scheiß-Vorpore effect, ey. Das war dein Karma, mein Bruder. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Ach ja. Hehehehe. Boah, wie ich mich auf den Tag heute gefreut hab, ey. Schon seit Montag. Seid mal abgesucht. Madonna. Auskuriert zu sein. Ja. Pff. Nur ist ja ein tolles Let's Play, wenn erstmal die Teams voll sind und man nicht reinkommt, ne? Ja, ne? Aber ich denke mal, mir wird da, glaube ich, denke ich mal verziehen. Haben wir mal halten, Let's Zuschauen geht auch. Ja, loll. Mit 7 HP ey, ich werde nicht mehr. Daaaah, was für Bobs. Ach, Scheiße. Schildschwein. Schildschwein. Mann ey. Kann doch nicht sein, dass man hier auf vollen Server reinkommt mit Zuschauermodus hier ey. Ich bin drin, ich bin drin. Was, was Arsch. Moitai. Einfach mal den, automatischen Button einfach mal sprayt, ohne Ende. Mann, kannst du auch? Dedenedenedenedenedenedenedenedenedenedenedene Das heißt, Kicky Kcking und sie hat so aufgedrückt. Ja, 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 ja. Er fällt unter Spam oder was. Jawoll, wir drin. So cells York. Tim, du kannst reinkommen ist ein Platz frei, aber du musst einen die ipad. Hofer fuh commitments. Ja, du musst kurz warten, du musst kurz aktualisieren. Guck mal, ob der jetzt geht. Guck mal, ob der jetzt geht. Ansonsten guck mal, ob du so reinkommst über den Community-Dingens da. Mit F8, Scheiße da. Community hat. Und dann drückst du... Da, da. Da, 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 da. Guck mal, bitte. Oh Gott. Oh Gott, du kannst du dir sitzen und nicht beitreten, weil sie voll ist. Bitte versuchen sie es mal. Bitte versuchen sie es in einer Stunde nochmal. Ja, das war unglaublich. Einfach aus Kalt, ey. Ich hab Tiffy Taffy vor mir. Ja. Pass auf, ich geh jetzt wieder drauf bis jetzt. Ja. Boah, was mach ich denn hier? Boah, da steht einer. Boah, da steht einer ganz so einfach. Pass auf. Ähm. Der steht ganz unten. Sonst tue ich, äh, ist glaub ich tot. Nein. Boah, nice, ey. Aldi, ey. Yeah. Lol. Das ist bestimmt da unten, ne? Ach, Scheiße. Ja, ich hab mich nicht eingesehen, ey. Ey, die haben das da oben ein bisschen verändert, so die Schriftart und so ein bisschen, ne? Ja, ja. So, da heißt's. Decke, mal ne Nase, die Nase. Jetzt gleiche. Dase. Ich bin dann ne Nase. Die Nase! Oh, 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 oh. Ja, Leute, ich bin alleine auf B. Das geht mal gar nicht, ey. Ja, das ist schön. B-Taste. Ungetot. Läuft. Oh. Ich komme. Ich komm auch rein. Beste. Nur nicht. Juhu. Bin drin. Juhu. Flaschbank. Jetzt geht das schon wieder los. Nice. Flaschbank. Flaschbank. LOL. Boah alter wie episch war das denn ey. Ich hab's nicht gesehen. Boah war das Bumbe ey. Kannst du bald. Dann kannst du's sehen. Geduldig mein Junge. Jetzt kommt erst mal Trick 18. Alter Vater ey. Sauber. Wolle Hacker hier. Heiß. Jawoll. Bitte der hat sich jetzt nicht irgendwas KFC Party Bucket genannt ne. Boah alter ich heiß äh. Ich heiße. Ich hab sechs Kills ey Aldi. 8-0. Ja läuft ne. Ja man. Oh ja. Ich bin so schlecht. Ich bin drauf. Na ja. Wir müssen hier einfach nur ein bisschen warm schwimmen. Mein Gott. Ist doch kein Problem. Heiß. Ich bin so schlecht. Haha. Mir ist schlecht. Granate. 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 Nein. Die, die, die GSG9 hier bei CSGO sagen immer GRANATE. Aber nicht immer nur auf und zu. Ich bin gerade Wasser vergessen. Oh. Ich bin gerade Wasser vergessen. Ich bin gerade Wasser vergessen. Uuuuh. Fuck. Ey. Das hättet ihr jetzt sehen müssen. Och man. Nein. Dann hat der mich nur gekriegt. No Scope mit der Awe erstmal weggeglaschen in den anderen Kopfschuss. Ach war das schön. Nice one. Gater bitte. Na ja. Ich hab'n Handy bekommen. Ha. Ha. I can fly. Haha. Haha. Wut. Die Granate hatte nur 47 hin eingegeben ey loll. Was. Leut wie hang der denn da ey. Haha. Wie der hier hängt. Guck mal. Haha. das das kướp schудь nö ach die moduly ich hab hier...ich hab nähe andere ich hab die ähm Carl arsch ja drück einfach F2 dann fertig Was sollen sie machen? Alter, wo war er denn? Gernade out! Das war ein altes Mann. Genau der macht's. Alter, ey. Die Schüsse waren voll Aldi, ey. Ich hab noch keinen gesehen, geil. Tim, Aare? Wo sind wir denn? Boah, ich hab mittlerweile mit meiner AWP 3082 Kills. Was ist dort? Spreng dich! Oh yeah, ramme dein Messer am Rücken, oh yeah. Das war ich. Also mir wurde ein Messer am Rücken. Echt? Egal. Tim, du hast eine Aare, ich hab auch noch eine Aare. Loll. Hast du einen Schuss gemacht, siehst du? Hast du einen Schuss gemacht, siehst du? Ja! Das hat sich voll geil. Dann ging er so... Das ist eine Atomombe, ey. Das ist voll geil, ey. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, 679. Bfik, einrumen Roller. Denn es ist wegen... Modul, ist auch so schnell. Oh nein, das war kein Ali存. Oh nein, komm! Richtig, komm! Mein AWP liegt da an der Treppe, wo die T's links langlaufen. Da liegt ne AWP vor mir. Pass auf, da war auch einer, ne? Zuletzt. Ich weiß nicht, wo der jetzt ist, weil, wie gesagt, ich will da nix sagen, wo der ist und so. Kennt er ja. Ist assi. Haha, ist wieder da weggeflüßt. Also die Rauch war aber nicht so geplant, ne? Jetzt sagst du erst so, wenn du die aus dem Gang rauswerfen wolltest. Ja, sah auch wirklich aus dem Rauch geplant. Warte! 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 Ja! Ich hab voll die kalten Finger, ey! Ich glaub, ich bin tot! Boah... Heizung an! Was, Heizung? No, ey, von lauter Lachen hab ich mehr 1000 Grad, ey! Ja, ey! Ich geb warte, mach halt Wasser an, halt die Hände drunter dann sitzt du auf der Waren. Stopp! Sonst kriegt keiner einfach schlauter! Das ist richtig schlimm eine kalte Hände, dass du unter warmem Wasser hältst, ey. Dann denkst du, man brüßt deine Hände, ey! Oh ja! Ohja! Guck mal diese Alltagsfeststellung! Die Pisser! Da 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 da! Bist noch schön geflogen ey! Ja, das war was! Yo, can't stop me! Kurzer Trigger! Bitch! Bitch! Ey, ich, ich... Das war jetzt wieder so... Ey, Tim! Ich hab meine Jacke grad angepultet. Ähm... Hallo Klaus! Wir wollen am 31. Halloween gehen. Hier mit Stefan und so, alle weißt du? Und eventuell danach feiern. Okay. Ich wollte mal mit Stefan reden. Vielleicht... Nein! Ich... Nein, so halt. So feiern. Und dann anschließend, ähm... Ich will mit Stefan und Maria alle dann ins Opium gehen. Weil da halt Halloween Party ist. Wie, Opium ist wieder da? Ja. Cage auch. Ist da alles neu. Nice. Was? Wo denn diesmal? Was ist mein Leben, der wohl vorher war? Ja, äh... Ach nee, hab ich grad Opium gesagt? Ja. Ich meinte altes Kino. Ach so, ja. Jetzt ist altes Kino wieder innen oder was? Ist doch scheißegal, solange da gute Musik läuft. Äh, läuft nicht. Opium, altes Kino. Altes Kino, Opium. Aber... Marvin guck, dass du auch dann kommst. Ich muss mal gucken. Ich hab jetzt erstmal... äh... Ne, 31. bin ich glaub ich im Krankenhaus. Wieso? Er hat operiert. Was hast du denn? Dicke Eier? Daaa! Hehehehe. Ne, ne, äh... Nase und Hals irgendwie innen drin. Oh. Na dann alles Gute, ne? Oh. Also kannst du auch nicht zocken kommen, du Arsch. Doch, ich nehm mal mein Ding mit. Nice. Dann zocken wir die... Nächte da durch. Facken. Facken. Oh. Sauber. Wuuuuh. Darüber nicht den Wegschirm haben. Alter, mach ich aus. Haha. Du bist noch. Ich hätte da gerne mal ne anständige Knarre merke ich gerade. Was war das denn? Weißschuss auskommen. Hier ist die Bombe. Deckt einer oben? Hier bei mir auf Asenfächer. Okay. Nice. Ah, okay. Ist egal war ein anderer aber egal. Gut gemacht. Aber ich hab den irgendwie nicht getroffen ey. Egal Deutschland. Hehehehe. Ja. Du hast voll. Du ist falsch. Ich hab... Ich hab den letzten Nacht totalen. Du ist falsch. Ich hab den letzten Nacht. Weißschu. Da kommen die wieder. Die... Meinen. Weißschu. Da geht halt wieder. Da wollen sie einmal der Gletscher und da ein bisschen zwischen Ding und das Glatschen. Da muss Glatschus sagen. Hahaha. Hahaha. Da muss Glatschus sagen. Hahaha. Hallo. Freunde. Glaub ich... Ich guck mal da ein... Nein. Alter, Tim, was soll die Scheiße? Ja, was redest du heute immer mit da rein, ey? Ja, der beat up! Hihi! Aaaaaaah! So! Geil! 300 Puls hab ich! WTF, Alter? WTF, Alter? Tim, guck einfach auf den Radar, du Radar! Der, der stand direkt vor ihm, er hat dich geschossen! Der war schon voll vorbei! Er dreht sich um, macht den Flash! Oh, süße, guck mal, wir weiter! Oh, ich hab ne neue Waffe, weee! Ah, so ne Dumme!